Da sind wir ja und wir haben 3,5 Grad. Ich bin fast oben auf dem Ofterschwangerhorn. Ich bin den ganzen Weg die 720 Höhenmeter raufgefallen, aber hier schiebe ich, weil da ich hier ziemlich zu viele Steine sind und ich dauerhaft rutsche und gleichzeitig ist es hier steil. Da ist Gründen. Ich mache schon ein bisschen das lange Fahren. Man kann schon diesen Grill fahren, aber so ist es länger. Ja, genau. Also, tschüss. Damit ich ein bisschen wieder zu üben bin, wenn ich nach Laubeuren fahre. Ja. 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 Dann kommt. Ja. 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 Also hier ist es eher am nächsten Abend zu fahren, vielleicht keine Wanderer sind, oder ganz wenige davon. Aber sonst hier läuft es sehr richtig gut. Und mit dem Megatower bin ich ein bisschen einig da. Und den ist hier mit dem Bronzenfaller fahren. Wirklich, wirklich schön und trocken vor allem. Ich hätte jetzt ein bisschen Freundlichkeit vorgestellt. Hier zum Beispiel auch so eine Stelle, wo man keinen Zielblick über die Kurve hat. Also erstaunlich, ohne Witz ist hier alles trocken. Aber wirklich kloisch. Ein bisschen Blätter. Ein bisschen was blauer. Oh, schön schön, wirklich, wirklich, wirklich schön. Nicht so viel in der von meinem hier. Das ist ein Ausprobe-Tor. Krater. Am Herbst. Wald ist Halloween. Wald ist Halloween. Wald ist Weihnachten. Ganz schön. So, das ist ein Liebling. Jetzt geht es nicht. Ganz schön. Das ist ein Alter, oder? Sie haben auch schon wieder hier. Ich glaube, es ist ein Liebelgleich. Dießen so schwer. Das war's an Problem. Und das war's hier. Das war die Kaporeppe. Das ist ein leichter Fall, das schon nicht hier, ne? Und jetzt ist das ganze Polie gewesen. Ja, nicht mehr. Und hier ist wieder Wut, die hier wieder zu sagen, ne? Und hier wieder Trata. Hier kann man die Strecke vielleicht durchfahren. Ja, das sind sie. Ein paar Treppen liegt das hier. Ist das hier jetzt geil, weil es hier auf die Strecke ist? Ja, eigentlich ja. Danke schön. Es war tatsächlich vom Bauhof der Gemeinde hier gepflegt. Ein paar Leute. Einen schönen guten Tag, danke Ihnen. Danke schön. Danke schön. Ich habe nichts gestanden. Jetzt kommt die Treppe hier. Also normale, gute Treppe. Und dann sind wir eigentlich schon mit dem Ofterschwanger Horn Trail hier am Ende. Und heute schon so viele Wanderer. Ja gut. Wir sind mit dem Ofterschwanger Horn Trail am Ende. Wir waren in Sotthoven haben wir jetzt 824 Höhenmeter insgesamt gemacht. Auf diesem Weg war jetzt viel zu viel los. Sau viele Wanderer. Und es war ja sogar eine Bergführung sozusagen. Und da hat der Mann erklärt, dass da der Weg abgetrennt wurde. Damit man sozusagen diesen jetzt abfahren kann. Irgendwie so habe ich das verstanden. Aber gut. Ich war jetzt beim Vorbeifahren und alles verstanden habe ich glaube ich nicht. Gut. Vielen Dank, dass ihr meine Videos anschaut. Drückt Daumen nach oben. Abonniert mich. Da glaube ich ist Abo-Button. Einfach weiter teilen. Kommentieren. Wenn ihr schon mal im Allgäu wart. Schreibt einfach in die Kommentare welche Trades ihr gut findet. Welche ihr schon gefahren seid. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal irgendwo anders. Also bis bald. Tschüss.